Donnerstag. Zisch, Zisch, Sch. Supernervige Geräusche haben mich geweckt. Da ist eine Spinne auf meinem Haus. Sie hat sich bei Anbruch der Nacht ins Dorf geschlichen und sie hat beschlossen, dass mein Zimmerdach ein toller Ort zum Turnen ist. Zisch, 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 Zisch. Ich habe meinen Kopf unters Kissen gelegt, hat aber nicht geholfen. Kurz darauf habe ich auch noch einen Schleim gehört, der draußen tanzte. Blub, blub, blub. Man hätte fast glauben können, dass sich jemand einen Spaß daraus macht, einen toten Fisch auf den Boden zu klatschen. Und dann kam auch noch ein Zombie dazu. Was treiben die bloß da? brummte ich. Wollen die eine Band gründen, oder was? Herr. Für den Fall, dass ihr es nicht wisst. Herr. Herr ist das Geräusch, das ein Dorfbewohner macht, wenn er nachdenkt. Oder wenn er genervt ist. Und ich bin auf jeden Fall schwer genervt. Unsere Feinde können uns in unseren Häusern nicht angreifen. Darum machen sie nachts diesen Lärm. Mit voller Absicht. Also murmelte ich, ausgestreckt auf meinem Bett, mit den Augen zur Decke. Herr, Herr, Herr. Gnade. Ich würde 200 Smaragde dafür bezahlen, dass dieser Lärm aufhört. Ein Kopfkissen reicht da jedenfalls nicht. Pfff. So ist das Leben eines Dorfbewohners. Wir haben keinerlei Verteidigung gegen diese Kreaturen. Gegen die Monster, meine ich. Sie kommen jede Nacht, und wir können uns nur in unseren Häusern verkriechen. Wenn man nur gegen sie kämpfen könnte. Leider können die Dorfbewohner das nicht. Die Ältesten sagen, es sei zu gefährlich. Das Einzige, was wir tun können, ist, anbauen, 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 ernten, ernten, ernten. Und die ganze Nacht warten, bis es Tag wird. Manchmal kommen Abenteurer zu Besuch, nur um sich ein wenig auszuruhen und zu handeln. Doch sie bleiben nie lange. Sie sind übrigens ganz anders als wir. Sie haben Waffen und Rüstungen. Sie reisen umher und entdecken die ganze Welt. Manchmal unterhalte ich mich mit einem von ihnen. Er heißt Steve. Und er ist voll cool. Vor einigen Wochen hat er Zombies getötet, die in unser Dorf eingedrungen waren. Einer von ihnen hatte sich hinter unserer Tür versteckt und beobachtete uns mit offenem Mund. Dabei stieß er ein lautes Brummen aus. Meine ganze Familie war sehr beeindruckt, als Steve ihn tötete. Manchmal wäre ich gerne wie Steve. Er kann überall hin und tun, was er will. Jeden Morgen, wenn er aufwacht, fragt er sich wahrscheinlich, Oh, was könnte ich heute wohl machen? Monster umlegen? Tempel durchsuchen? Schätze finden? Ich dagegen verbringe meine Tage mit so aufregenden Dingen wie Getreideernten. Ich frage mich oft, woher kommt er? Hat er mal in einem Dorf gelebt? Das nächste Mal, wenn ich ihn sehe, muss ich ihn das fragen. Wenn ich jedenfalls eines Tages gegen ein Monster kämpfen könnte, würde mich niemand mehr wie einen Noob behandeln. Die meisten Leute denken, dass mein Vorname gut zu mir passt. Minus. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, werde ich deshalb oft ausgelacht. Vor allem von Max. Wie sehr er mich nervt. Er sagt mir ständig, ich sei unnütz und bekäme nichts auf die Reihe. Wenn er groß ist, will er Bibliothekar werden. Und er glaubt, alles zu wissen, weil er fast alle Bücher des Dorfes gelesen hat. Also, das heißt jetzt nicht viel, denn die meisten unserer Bücher gehören auf den Müll. Ich will damit sagen, dass er sein so ungeheuer umfassendes und universelles Wissen einer Bücherreihe verdankt, die den Titel trägt Die Abenteuer von Mu der Kuh. Kurz gesagt, er wird sich vor mir verneigen, wenn ich erst einmal ein echter Krieger geworden bin. Er wird mich Chef oder sogar mein Befehlshaber nennen. Und er wird mich bitten, mir Kürbiskuchen bringen zu dürfen. Okay, wahrscheinlich ist es auch einfach nur langweilig in unserem Dorf. Es gibt noch eine Sache, die ich nicht ertrage. Den Handel. Wenn ihr zum Beispiel Lust auf Kekse habt, könnt ihr nicht einfach in ein Geschäft gehen, nach Keksen fragen und den Preis in Smaragden bezahlen. Ihr denkt vielleicht, das wär's, Geschäft abgeschlossen. Aber nein. Ihr müsst in einen Laden gehen und hoffen, dass der Händler gut gelaunt ist. Andernfalls sagt er vielleicht drei Stunden lang, herr, bevor er euch einen guten Preis macht. Und ihr fragt euch die ganze Zeit, während euer Magen knurrt, ob es nicht doch besser wäre, sofort zu gehen und lieber eine lausige Kartoffel zu essen. Für dieses Tagebuch habe ich zum Beispiel zehn Smaragde bezahlt. Eine echte Abzocke. Meine Mutter hatte mir die Smaragde für das Schulfrühstück einer ganzen Woche gegeben. Wenn sie wüsste, dass ich sie für ein Tagebuch ausgegeben habe. Und doch, der Bibliothekar ist netter als der Schmied. Dieser Betrüger wollte dreißig Smaragde haben für ein paar Lederstiefel. Und die waren noch nicht einmal neu. Mal ehrlich, wer fällt denn ernsthaft auf so einen Gauner rein? Doch abgesehen davon, mein bester Freund, ich nenne ihn Mastoc, hat mir erzählt, dass er einmal eine faule Kartoffel für fünf Smaragde verkauft hat. Dieser Abenteurer muss wohl echt hungrig gewesen sein. Doch hier sollte man nicht nur den Händlern misstrauen. So manche Dorfbewohnerkinder sind auch schwer zu ertragen. Vor allem Max. Er erzählt ständig abenteuerliche Lügengeschichten, die manche Kinder auch noch glauben. Er genießt es allen Leuten, die ihm über den Weg laufen, Angst zu machen. Vor einigen Tagen hat er uns erzählt, dass es ein Monster gibt, das Kackahäuler heißt. Seinem Aussehen nach sei ein Kackahäuler eine besondere Art von Creeper. Die Creeper sind deshalb grün, weil sie aus Blättern bestehen. Und ein Kackahäuler ist eben braun, weil er ist aus... Ihhh! Aus Kackah! Ihr solltet also wirklich sehr weit weg sein, wenn eines dieser Dinger explodiert. Wenn sie angreifen, zischen sie nicht wie die anderen Creeper. Es hört sich eher an wie ein dumpfes Knurren. Auf jeden Fall hat Max das behauptet. Das ist natürlich alles erstunken und erlogen. Doch einige von uns, vor allem die Kleinen, haben es geglaubt. Eines Tages, als sie gerade auf der Straße spielten, hat Max sich hinter einem nahegelegenen Haus versteckt. Er begann zu knurren und zu brummen, damit man es für einen Kackahäuler halten konnte. Knurrgift! Manche Kinder bekamen echte Todesangst. Sie erzählten, sie hätten so große Angst, auf einen Kackahäuler zu fallen, dass sie sich nicht mehr aufs Klo trauten. Ja, willkommen in meiner Welt. Mit Monstern, die einen zum Narren halten. Mit betrügerischen Bibliothekaren. Und mit Max. Freitag Letzte Nacht hatte ich einen umwerfenden Traum. Die Dorfbewohner haben eine Armee gegründet und ich gehörte dazu. Ich blickte den Enderman direkt in die Augen, wehrte den Pfeil eines Skeletts mit bloßen Händen ab. Ich tötete Zombies, wie ein Bauer Gemüse erntet. Und als Krönung des Ganzen habe ich einen Creeper mit einem einzigen Schlag in den Himmel geschickt. Er explodierte inmitten der Sonne, die sofort viel heller schien und den Schaden bei Zombies und Skeletten vervielfachte. Ja! Aber es war nur ein Traum. So ein toller Held wär' ich gern. In Wahrheit gehe ich ab Montag wieder in die Schule und werde bald zwölf Jahre alt. Zwölf Jahre. In diesem Alter sind Dorfbewohner keine Kinder mehr und müssen einen Beruf ergreifen. Viele interessieren sich für Landwirtschaft, Handwerk oder Architektur. Ich aber interessiere mich am meisten für den Kampf. Es wäre so schön, wenn unsere Schule mehr zu diesem Fach anbieten würde. Ich möchte weder Schmied noch Fleischer werden. Priester vielleicht? Gut, ich könnte fliehen und Abenteurer werden, wie Steve. Aber ich werde nie fliehen. Dazu liebe ich meine Mutter zu sehr. Und mein Vater ist auch cool. Natürlich will er, dass ich Bauer werde, wie er. Aber das Leben eines Bauern ist mir eigentlich zu hart. Manchmal tauchen Leute auf und wollen eure Zukunft ernten. Denn das ist heute passiert. Ein sonderbarer Typ ist ins Dorf gekommen und begann, unsere Möhren auszugraben. Als mein Vater versuchte, ihn davon abzuhalten, hat ihn der Kerl mit einer Steinspitzhacke auf den Kopf geschlagen. Ich war außer mir. Aber unser Eisengolem war noch wütender. Er hat so heftig auf den Typen eingeschlagen, dass dieser Angst bekam, seine Spitzhacke fallen ließ und davonrannte. Ich habe die Spitzhacke für drei Smaragde an den Schmied verkauft. Ich lerne schnell, was? Samstag Letzte Nacht wollten die Monster uns wieder angreifen. Was wollen sie eigentlich in unserem kleinen Paradies? Unser Dorf ist riesig, müsst ihr wissen. Es ist eins der größten in ganz Minecraft hier. Und es hat eine Festungsmauer, die uns vor den Schleimen und Zombies schützt. Also, wenn ihr das hört, werdet ihr euch fragen, wie, aber Dorfbewohner bauen doch solche Mauern gar nicht. Aber die Mauer ist sehr wichtig für unser Dorf. Die Idee, sie zu errichten, kam auch nicht wirklich von uns. Es war Steve, der uns zeigte, wie man sie baut. Und ihr? Was hättet ihr an unserer Stelle gemacht? Ihr hättet doch sicher auch eine Festung gebaut, oder? Wir sind schließlich nicht dumm, oder? Jedenfalls die meisten von uns. Der Bürgermeister lässt uns nicht kämpfen. Wir können nur versuchen, uns so gut wie möglich zu verteidigen. Doch das ändert nichts. Selbst eine Festung aus Stein reicht nicht, denn die Monster hören nicht auf, uns zu bedrohen. Ich sage euch, was vor ein paar Tagen geschehen ist. Zunächst solltet ihr wissen, dass die Monster hier sehr, sehr schlau sind. Ihr glaubt mir nicht? Dann passt jetzt mal auf. Die Monster haben einen Weg gefunden, mit dem Schleime unsere Festung überwinden können. Das ist echt schräg und zeigt, wie bösartig diese Kreaturen sind. Wir nennen dies Fliegercreeper. Es ist eine Taktik der Monster. Das Prinzip? Ganz viele Schleime heften sich an einen Creeper. Und BOOM! Der Creeper explodiert. Durch die Explosion fliegen die Schleime hoch in den Himmel. Einige von ihnen sind über die Mauer geflogen und im Dorf gelandet. Natürlich hat die Explosion die Schleime getötet. Aber hier kommt der Witz. Ein getöteter Schleim teilt sich in mehrere kleine Schleime. Und dann regnet es kleine Schleime auf unser Dorf. Ich war draußen, als es passierte. Ich blickte in den Himmel und ein kleiner Schleim stürzte direkt auf mein Gesicht. Er war sofort tot, aber ich war mit grünlichem, ekelhaftem Schleim bedeckt. Einen Schleimball habe ich auch noch ausgespuckt. Wirk! In dieser Nacht hatte ich richtige Albträume. Das ist kein Spaß. Ja, was würdet ihr denn machen, wenn so ein Babyschleim seine Eingeweide quer über euer Gesicht verspritzen würde? Da würdet ihr auch blöd dastehen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und dann hat meine Mutter auch noch ein Pilzragu zum Frühstück gekocht. Ernsthaft? Soll das ein Witz sein, oder was? Ein Schleim hat mich angegriffen und sie kocht ein Pilzragu. Ich habe es nicht mal angerührt. Absolut unmöglich. Aber versteht ihr allmählich? Die Monster werden immer intelligenter. Sie arbeiten zusammen. Und der Fliegercreeper ist nur ein Trick unter vielen. Es gibt auch die Zombie-Räuberleiter. Das heißt, die Zombies bilden eine Treppe an der Mauer. Und dann gibt es noch den Spinnenaufzug. Hier sind es die Spinnen, die andere Monster tragen. Ihr werdet jetzt sicher sagen, ruhig, Kleiner. Monster machen das nicht. Sie können nicht zusammenarbeiten. Aber dazu kann ich nur sagen, kommt ruhig mal bei uns vorbei und seht es selbst. Jedenfalls ist das Leben eines Dorfbewohners nicht leicht. Es ist wirklich eine Schande. Ich würde mich so gern verteidigen, wenn sie kommen. Aber wir müssen es immer einfach nur dulden. Allerdings gibt es das Gerücht, dass im nächsten Jahr einige Schüler zu Kriegern werden könnten. Aber ich mache mir da keine großen Hoffnungen. Naja, ich gehe jetzt baden. Ich stinke immer noch nach Schleim. Sonntag Morgen fängt die Schule an. Ich bin genervt. Ich habe noch keine Ahnung, was ich später machen kann und kann auch nicht darüber nachdenken. Stattdessen muss ich mich mal wieder bei der Weizenernte abrackern. Pfff, mein Leben ist so öde. Ich habe mir einen Stock genommen und sehe jetzt aus, als würde ich ein Schwert tragen. Die Grasbüschel sind die Skelette. Die gemähten Gräser sind die Spinnen. Das ist sehr spannend, ich weiß. Nach 30 Minuten erbittertem Kampf gegen das Gras ist Steve aufgetaucht. Da habe ich mich sofort an die Frage erinnert, die ich ihm stellen wollte. Hey, woher kommst du genau? Aus einem Dorf? Dorf? Wiederholte er. Dann schüttelte er den Kopf. Nein, nein, ich komme aus einer anderen Welt. Eine andere Welt? Was soll das heißen? Er seufzte unglücklich. Egal, das glaubt mir eh keiner. Warum sollte das bei dir anders sein? Ich habe gedacht, er macht einen Scherz und habe das Spiel mitgespielt. Okay, habe ich geantwortet. Wie heißt denn deine, äh, Welt? Erde. Erde. Was für ein komischer Name. Und wie bist du hierher gekommen? Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht wirklich erinnern. An einem Tag war ich noch dort und am nächsten Tag war ich hier. Aber das ist schon viele Monate her. Er ähnelt tatsächlich keinem von uns. Er ähnelt tatsächlich keinem von uns. Was, wenn er die Wahrheit sagt? Wenn er wirklich aus einer anderen Welt kommt? Er hat etwas Trauriges in seinen Augen. Ich versuchte, ihn ein wenig aufzuheitern. Na gut, ich hoffe, du wirst deinen Weg finden. Nein, sagte ich zu ihm. Ich wette, dass du deinen Eltern sehr fehlen wirst. Danke. Aber warte mal. Du glaubst mir? Wirklich? Ich nickte. Aber sicher. Du hast schließlich unser Dorf gerettet, weil du uns gezeigt hast, wie man eine Festung baut. Danke. Das war doch selbstverständlich. Eure Monster sind sehr stark und so habe ich mir gedacht, dass ihr ein wenig Hilfe gebrauchen könntet. Ich musste ihm wieder zustimmen. Dann war es sehr still. Keiner von uns sagte etwas. Schließlich war ich der Erste, der widersprach. Du, Steve, denkst du, dass ein Dorfbewohner ein Krieger werden kann? Steve schenkte mir ein breites Lächeln. Er sagte, wie ich sehe, hast du deine Schlacht gegen das Gras gewonnen. Warum also nicht? Aber die Ältesten verbieten es uns. Sie sagen, es sei zu gefährlich. Manchmal. Aber man muss sich eben auch verteidigen. Das gehört dazu. Ich seufzte. Ich kann aber nur Pflanzen gießen und Hühner und Schweine füttern. Steve legte seine Hand auf meine Schulter. Du verpasst nicht viel, glaub mir. Letzte Woche musste ich mir in letzter Minute einen Unterschlupf bauen. Es war nur ein armseliges, in den Boden gegrabenes Loch und ich hatte nur rohen Fisch zu essen. Also mach das Beste aus dem, was du hast. Du hast vielleicht recht. Herr. Übrigens, hat die Schule wieder angefangen? Morgen. Hm. Ich zeig dir ein paar handwerkliche Tricks. Ich verbrachte den ganzen Tag mit Steve. Er ist handwerklich sehr geschickt und ich lernte viel von ihm. Er stellte Werkzeuge her und fragte mich beiläufig, ob er meine Stöcke haben könne. Ich antwortete ihm, dass er sie haben könne, für nur 20 Smaragde. Ja, ich lerne schnell. Montag. Heute fängt die Schule an. Es gibt nichts Hässlicheres. Max hat gesehen, dass ich ein Tagebuch führe. Als künftiger Bibliothekar ist er selbstverständlich daran interessiert. Das habe ich natürlich verhindert. Er sollte nicht unbedingt wissen, dass ich mir ausmalte, wie er vor mir kniet. Wahrscheinlich würde er sich rächen. Er würde aller Welt Lügen über mich erzählen und sicherlich auch haufenweise alberne Geschichten über mich verbreiten, beispielsweise, dass ich Angst vor dem Kackaheuler hätte. Die Eltern standen in der Nähe und unterhielten sich im Dialekt des Dorfes. Rrrr. 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 Etwas später haben wir unsere Stundenpläne von den Lehrern bekommen. Hier sind meine Fächer. Vormittag. Handwerk. Grundlagen des Mauerbaus. Anti-Creeper-Befestigungen. Zombies täuschen. Zombies entwischen. Nachmittag. Wie man sich vor Skeletten schützt. Grundlagen des Handels. Leistungskurs Weizenanbau. Rrrr. Um ehrlich zu sein, Handwerk ist nicht mein Ding. Ich mag Landwirtschaft lieber. Meine Eltern haben mir schon die Grundlagen beigebracht, darum fällt mir dieses Fach leichter. Plötzlich sind die Ältesten in die Schule gekommen, mit dem Bürgermeister höchstpersönlich. Da ist was passiert, das ist sicher. Mein Herz sprang vor Aufregung, als er begann von Monstern zu sprechen. Wir sind gezwungen, uns anzupassen, sagte der Bürgermeister. Die Kreaturen sind intelligenter geworden und stärker. Sie haben gelernt, zusammenzuarbeiten. Darauf müssen wir reagieren und uns verteidigen. Einige fordern das ja schon länger, fuhr ein anderer fort. Es ist nun wohl an der Zeit, uns nicht mehr wie Feiglinge zu verstecken. Der Schulleiter trat vor. Und deshalb haben wir beschlossen, dass die fünf besten Schüler der Schule die Möglichkeit bekommen, Krieger zu werden. Zuerst schrien alle durcheinander. Dann war plötzlich Totenstille. Die Leute trauten ihren Ohren nicht. Ich dachte, ich träume. Also waren die Gerüchte doch wahr? Es war, als wären meine Gebete erhört worden. Manchmal habe ich wirklich in unserer Dorfkirche dafür gebetet. Allerdings sind wir 150 Schüler. Die Konkurrenz ist also groß. Max wird sicherlich auch sein Glück versuchen. Wenn auch nur, um später stolz davon zu erzählen. Und Pierre auch. Er ist noch schlimmer als Max. Wenn ich darüber nachdenke, werden viele Schüler es versuchen. Mit dem Schwert kämpfen? Eine Rüstung tragen? Das wäre zu schön. Die Ältesten wissen, dass wir nun verflixt motiviert sind, die Schule erfolgreich abzuschließen. Nach der Rede habe ich mich mit meinem Freund Mastok unterhalten. Er war noch aufgeregter als ich. Eine Stunde später gab es einen nicht angekündigten Test. Es ging um einfache Sachen. Einen Stock herstellen. Weizen pflanzen. Aber es war so wenig Zeit. Anschließend haben uns die Lehrer die Beurteilung gegeben. Das ist meine. Leistungen von Minus Landwirtschaft 6% Architektur 0% Handwerk 3% Level 3 Das ist frustrierend. Offensichtlich habe ich von Architektur gar keine Ahnung. Ich habe mich bisher ja auch für alles interessiert, nur nicht für die Schule. Niemals hätte ich an die Möglichkeit geglaubt, auch nicht im geringsten, ein Schwertkämpfer zu werden. Ein Monsterzerquetscher. Kurz, ein mutiger Held wie Steve. Das Level zeigt übrigens genau an, was wir in der Schule erreicht haben. Das Level 1 steht für den absoluten Anfänger. Das Level 100 bedeutet, dass man alle Fächer perfekt beherrscht. Ich habe Level 3 geschafft. Das ist gar nicht so schlecht. Mastok hat nur Level 1 und Sarah, eine Freundin, hat Level 2. Ich hatte den Eindruck, mit Level 3 zu den Klassenbesten zu gehören. Jedenfalls, bis Max uns das Blatt mit seiner Beurteilung zeigte. Er hat schon Level 5. Wow! Wann wird er jemals aufhören, mich zu nerven? Max hat einen Blick auf mein Blatt geworfen, als ich mir seines ansah. Er hat gelacht, was sonst? Ich frage mich, wie sie dich nennen, wenn du Krieger wirst, sagte er zu mir. Großer, ehrwürdiger Noob? Eher Hüter der Waschlappen, antwortete ich. Nur gut, wenn jemand Angsthasen wie dich beschützen kann. Ach, Quatsch! Er gab mir mein Blatt zurück und sagte, Wenn ich auf Level 100 bin und du immer noch auf Level 10, dann darfst du mein Assistent sein. Abgemacht? Herr! Ich habe ihn gleichgültig angesehen. Muu! Er wurde sofort rot. Die Abenteuer von Muu, der Kuh, ist sein Lieblingsbuch und eigentlich was für Babys. Ich habe vor zwei Wochen gesehen, wie er es las. Das war ihm richtig peinlich. Er will nicht, dass irgendjemand es weiß. Grrk! Das war alles, was er sagte, bevor er sich abwandte und ging. Mastog sah frustriert aus, als ich mich zu ihm umdrehte. Er sah auf seine Beurteilung. Ich warf einen Blick auf meine, allerdings nicht mehr ganz so stolz wie zuvor. Level 1, sagte Mastog. Level 1! Das Level eines Noobs! Ich bin so eine Niete wie ein Noob? Stimmt doch gar nicht, antwortete ich. Du wirst uns alle noch einholen. Deine Eltern sind Bäcker, da kennst du dich schon ein wenig im Handwerk aus, nicht wahr? Und meine Eltern sind Bauern. Da können wir uns doch gegenseitig helfen. Er schüttelte den Kopf, dann knüllte er seine Beurteilung zusammen und warf sie wütend auf den Boden. Vielleicht werde ich nie zu den Top 5 gehören, aber so lasse ich mich nicht behandeln, sagte er. Ich werde mindestens Level 50 erreichen. So gefiel er mir schon besser. In diesem Moment habe auch ich mir ein ultimatives Ziel gesetzt. Wenn ich Level 100 erreicht habe, werde ich Max meine Beurteilung zeigen. Und dann werde ich sagen, äh, ja, ich werde etwas Intelligentes sagen. So viel ist schon mal sicher. Ich sollte mir vielleicht schon jetzt überlegen, was ich ihm dann sage. Dienstag Heute Landwirtschaftskurs Wir lernen, wie man Schafe aufzieht. Meine Familie hatte bisher nur Kühe und Hühner, daher habe ich noch nicht gelernt, mich um Schafe zu kümmern. Doch in einer Sache sind sie wie alle anderen Tiere, die ich gut kenne. Sie kriegen alle diesen gierigen Blick, wenn man sich ihnen mit Futter in der Hand nähert. Wie kann man ihnen etwas abschlagen? Schließlich haben wir gelernt, sie zu scheren. Es ist mir nie aufgefallen, aber geschorene Schafe sehen seltsam aus. Ein bisschen wie Hunde. Wie sehen wohl Schafe aus, die geschoren und hungrig sind? Aber in Wahrheit bin ich gar nicht sicher, ob ich das überhaupt wissen will. Hörr. Jetzt habe ich sogar schon Angst vor Schafen. Na super. Etwas später habe ich erfahren, dass mein Kurs Zombies täuschen ersetzt wurde durch Grundlagen des Bergbaus. Da ist Max auch drin. Zombies täuschen hörte sich außerdem so interessant an. Jedenfalls viel cooler, als eine Miene zu graben. Lasst mich euch ganz offen sagen, dass die Arbeit mit einer Spitzhacke sicherlich die schwerste von allen ist. Ich habe nie daran gedacht, im Bergbau zu arbeiten. Nach nur einer Stunde waren meine Arme so weich wie ein toter Schleim. Aber Mastock hatte den Kurs auch belegt. Das machte es dann erträglich. Wir mussten haufenweise Steinblöcke abbauen. So viele, dass man davon ganz krank im Kopf wird. Selbst unser Lehrer wusste nicht, wie viele genau. Nun gut. Bevor wir mit dem Abbau begannen, sprachen die Lehrer noch von dieser goldenen Regel. Ich habe sie schon tausendmal gehört. Doch sie glaubten wohl, sie müssten uns in der ersten Kurswoche ständig daran erinnern. Okay. Lasst uns eure Fachkenntnisse testen. Wie heißt die goldene Regel? Und die richtige Antwort lautet? Ihr wisst es. Es ist leicht. Die Antwort ist? Ah, sehr viele Kekse essen. Nein, war ein Witz. Das ist eher die Antwort, die mir am liebsten wäre. Leider ist sie es nicht. Die richtige Antwort lautet? Man darf niemals direkt unter seinen Füßen graben. Es geschehen wohl schreckliche Dinge, wenn man direkt unter seinen Füßen gräbt. Super, mega schreckliche. Man trifft etwa auf diesen Zombie, der Diamanten aussaugt und nicht Gehirne. Es ist eine alte Legende. Er wurde so, weil er immer Lava gegessen hat. Oh, ich habe etwas vergessen. Das ist echt peinlich. Vielleicht sollte ich es gar nicht erzählen. Während des Grabens habe ich vergessen, meine Hacke zu reparieren. Sie ist gebrochen. Hark! Max kam gerade rechtzeitig, um Zeuge meiner Schande zu werden. Natürlich hat er mich ausgelacht. Hey Minus, sagte er, sei vorsichtig. Guter Rat, antwortete ich. Wie ungeschickt ich bin. Ich sagte so etwas wie, Hark! Ich habe aber Lust, nicht vorsichtig zu sein. Max zuckte mit den Schultern. Ich wollte ja nur helfen. Es wäre doch schade, wenn du enden würdest wie Spike. Er macht keine Fehler mehr. Ach, schon wieder eine deiner Geschichten, sagte ich und verdrehte die Augen zur Decke. Okay, nur zu, erzähl uns alles. Was ist Spike passiert? Und so erzählte uns Max die Geschichte vom Dorfbewohner Spike. Wenn man sehr, sehr tief gräbt, kann man anscheinend eigenartige Geräusche hören. So als ob etwas brodeln würde. Das ist nämlich die Lava, von der es dort unten sehr viel gibt. Aber Spike? Naja, er hörte niemals hin, wenn er grub. Er schlug mit der Hacke in den Fels. Tschack, tschack, tschack. Er grub nicht allzu tief. Er bahnte sich einen waagerechten Weg. Was das angeht, war er schon vorsichtig. Jedenfalls glaubte er das. Leider mündete sein Tunnel in einen unterirdischen Lavasee. Die kochende Lava schoss heraus und verschlang ihn. Er hatte nicht einmal Zeit zu schreien. Als die anderen Bergarbeiter ihm zur Hilfe eilten, war von Spike nichts mehr übrig. Nur noch brodelnde Lava. Oh, und seine Stiefel. Ich hatte zwar nie vor, in den Minen zu arbeiten. Aber die Geschichte von Max hält mich noch mehr davon ab, diesen Beruf zu ergreifen. Willst du so eine anstrengende Arbeit? Nein. Willst du das Risiko eines Bads in der Lava? Ja, nochmal, nein. Ich muss einen Grund finden, dem zu entgehen. Meine Religion verbietet es. Ich bin allergisch gegen Steine. Aber keiner der Lehrer wollte mir glauben. Komm schon, mein Sohn, pack mit an. Mittwoch Heute hatten wir einen sehr besonderen Kurs in Handwerk. Am Anfang zeigten sie uns ein paar mega einfache Sachen. So leicht, dass selbst ich sie schnell beherrschte. Zum Beispiel, Werkbank und Ofen sollten nebeneinander gestellt werden. Das weiß doch jeder. Sie gehören zusammen. Dann fing es an, Spaß zu machen. Wir mussten ein Haus bauen und dabei unsere fantasiefreien Lauf lassen. Ich hatte die Idee, das flammende Heim zu bauen. Ein Haus gebaut aus Öfen. Spitzenklasse, oder? Mastock war meiner Meinung. Somit war unser Projekt geboren. Wir verfügten über Berge an Steinblöcken, die wir nun verwenden konnten. Ein ganzes Haus aus Öfen. Ist das nicht genial? Ganz klare Sache, wenn man derart viele hat. Also, warum nicht? Ist doch super praktisch. Da kann man mehrere Gerichte gleichzeitig kochen. Man kann in einem Ofen ein Huhn braten, in dem anderen ein Steak und im dritten Erz schmelzen. Da ergeben sich unendlich viele Möglichkeiten. Das ist doch wohl echt genial, oder? Die Lehrer waren nicht wirklich unserer Meinung. Lächerlich, sagten sie, und unbrauchbar. Unbrauchbar? Ah, ist das alles? Aber sie blieben dabei. So viele Öfen braucht man nicht, sagte einer. Und ein anderer? Außerdem ist euer Haus ein bisschen hässlich. Bla, bla, bla. Das ist unfair. Die Mädchen haben kleine Häuser aus Pilzen gebaut. Und die Lehrer waren begeistert. Oh, diese Häuschen aus Pilzen. Wirklich sehr schön. Zu süß. Das ist großartig. Das ist preisverdächtig. Seht euch das an. Fabelhaft. Aus Pilzen im Ernst? Voll mädchenhaft. Ich war echt sauer. In unserem Haus kann man doch 99 Steaks gleichzeitig braten. Stellt euch vor, irgendein Typ käme vorbei und sagt, ich brauche 1000 Steaks. Und zwar sofort. Jetzt sofort. Schöne, große, saftige Steaks. Ich kann nicht warten. Unmöglich. Ich brauche so schnell wie möglich 1000 gebratene Steaks. Dann könnt ihr ihm antworten, nur 1000, ist das alles? Nun ja, es ist eher unwahrscheinlich, dass tatsächlich jemand vorbeikommt und 1000 gebratene Steaks haben will. Aber mit einem aus Öfen gebauten Haus wäre das überhaupt kein Problem. Ich kenne Leute mit einem kleinen Pilzhäuschen. Die bekämen das garantiert nicht hin. Echt nicht. Vielleicht findet ihr unser flammendes Heim ein klein wenig zu dunkel. Kein Problem. Hopp. Etwas Holz in einen der Öfen und bam, es wird hell. Beruhigend und schnell. Wäre das mit Mauern aus Pilzen auch möglich? Nein, sicher nicht. Ich war von unserer Idee so überzeugt, dass schließlich doch einer der Lehrer meinte, unser Haus wäre insoweit doch irgendwie cool. Na also, aber nur nicht zu viel Begeisterung. Wir beschlossen nun, ein total banales Haus zu bauen. Aus Holz, klein und einfach. Ich war gespannt, ob unsere Lehrer auch daran etwas zu beanstanden hatten. Pah, offensichtlich eine ganze Menge. Ich traute meinen Ohren nicht. Langweilig, sagten sie zu uns. Zu normal. Ein Haus aus Holz, gesehen und nochmal gesehen. Einer von ihnen hat sogar gesäufzt. Ihr könntet beim nächsten Mal schon etwas kreativer sein. Hm? Weil unser Ofenhaus so gar nicht cool war? Dann hatte ich eine andere Idee. Wenn die Lehrer das Champi-Haus der Mädchen so toll fanden, warum dann nicht ein Schloss aus Champignons? Wir machten uns sofort an die Arbeit. Wir machten uns sofort an die Arbeit. Und es wurde ein Meisterwerk. Unser Pilzschloss hat acht Zimmer, eine Wendeltreppe zur ersten Etage, eine Terrasse nach hinten raus mit Tisch und Stühlen und das alles gebaut aus Pilzen. Wir haben eine gute Stunde daran gebaut. Also, ich weiß, unser Pilzschloss sieht etwas schludrig aus. Aber wir sind keine Bauunternehmer und keine Architekten, zumindest jetzt noch nicht. Wisst ihr überhaupt, wie schwer es ist, acht Riesenpilze so auszurichten, dass sie ein Schloss bilden? Das ist mega schwer. Genauso schwer, wie einen Obsidianblock mit bloßen Händen abzubauen. Und wisst ihr, was die Lehrer zu uns gesagt haben? Hört mal, Jungs, es ist nicht gut, die Mädchen zu kopieren. Ihr müsst eine eigene Idee entwickeln. Kapiert? Pfff, sogar Schafe füttern macht mehr Spaß. Ich hab die Nase voll. Ich mach Schluss für heute. Donnerstag. Ich bin noch immer frustriert und genervt wegen der Bemerkungen der Lehrer gestern. Ich bleibe heute stumm. Hörr. Freitag. Heute hatten wir einen zusätzlichen Kurs. Es ist ein Spezialkurs, der jeden Freitag stattfindet. Verteidigung gegen Monster. Heute ging es um Zombies. Das Erste, was man über Zombies wissen sollte, ist, dass sie am helllichten Tag gefährlicher sind als in der Nacht. Wenn ein Zombie in der Sonne Feuer gefangen hat, versucht er, jeden in die Arme zu nehmen, bevor er stirbt. Ja, dann hassen sie uns. Und ja, dann sind sie teuflisch. Um ehrlich zu sein, das hört sich vielleicht ein wenig verrückt an. Ich meine, normale Zombies? Schauerlich. Aber brennende Zombies? Sie merken, dass sie sterben müssen. Sie wollen dich mit ins Jenseits zerren. Sie haben keinen anderen Gedanken mehr, als dich zu umarmen und dich ebenfalls in Brand zu stecken. Oh je, wie soll ich es sagen? Ich hab echt Angst gekriegt. Und dann ging es mit etwas noch Schrecklicherem weiter. Mit einer besonderen Art von Creeper. Wenn ein Creeper vom Blitz getroffen wird, dann leuchtet er grillblau. Er wird dann zu einem geladenen Creeper. Seine Sprengkraft ist dann stärker als die von TNT. Ein geladener Creeper ist ein Albtraum. Brennende Zombies und geladene Creeper sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und die Warntafeln machen es nicht besser. So wie diese. Blickt ihnen niemals in die Augen. Fasst sie nicht an. Flieht. Und vor allem bleibt nicht stehen. Ich wusste bis heute nicht, dass es geladene Creeper überhaupt gibt. Doch sie sind Realität. Das ist was ganz anderes als der Kackerheuler von Max. Vielleicht denke ich noch mal über meine Zukunft als Abenteurer nach. Jedenfalls werde ich bei einem Gewitter niemals wieder spazieren gehen. Doch die brennenden Zombies und die geladenen Creeper sind nichts gegen die gefährlichsten Monster überhaupt, sagt unser Lehrer. Am tödlichsten sind die Skelette. Das liegt vor allem an ihrer Schusskraft. Ein Pfeil von ihnen tut nicht nur weh, er stößt euch auch zurück. Wenn ihr euch dann am Rand eines Lavasees aufhaltet, naja, bye bye, dann könnt ihr Spike-Gesellschaft leisten. Und um noch mehr Öl ins Feuer zu gießen und die Gefährlichkeit von Skeletten zu illustrieren, hat unser Lehrer dieses Plakat in der Schule aufgehängt. Und plötzlich war mir klar, das Leben eines Kriegers ist eigentlich nicht so glanzvoll. Ich könnte vielleicht auch Schmied werden, das ist nicht so gefährlich. Ich glaube, ich habe Angst. Vielleicht bin ich gar nicht zu einem echten Krieger geboren. Denn ein echter Krieger hat keine Angst, vor allem nicht vor einem Plakat an der Wand. Aber ist es nicht normal, manchmal Angst zu haben? Außerdem bin ich noch nicht mal zwölf. Samstag Samstags ist keine Schule. Darum hing ich heute Morgen mit Steve rum. Er hat mir geholfen, mein erstes eigenes Schwert herzustellen. Es war ein tolles Gefühl, es in meinen Händen zu halten. Im ganzen Dorf ist es verboten, Schwerter zu bauen. Ich weiß, ich weiß, mein Schwert ist aus Holz. Aber man muss ja klein anfangen. Steve hat mir dann eine Puppe gebaut und ich habe mit meinem neuen Schwert so lange drauf eingeschlagen, bis es fast abgenutzt war. Danach habe ich es gewagt, Steve eine Frage zu stellen, die mir nicht aus dem Kopf ging. »Hey Steve, hast du manchmal Angst?« »Angst?« sagte er und zwinkerte leicht mit den Augen. »Angst vor wem?« »Vor Monstern?« »Ja, aber sicher«, antwortete er. Er machte eine Pause, dann beugte er sich zu mir. »Du wirst mich wohl für verrückt halten, wenn ich dir das sage, aber ich bin schon einmal gestorben in deiner Welt.« »Gestorben?« »Sowie Tod?« »Ich verstand überhaupt nichts.« Dann erzählte Steve mir eine unglaubliche Geschichte. Er ist in einer Wüste in unserer Welt gelandet. Als er sie verließ, gelangte er in einen Wald, wo ein Creeper ihn überraschte. Er hatte gerade noch Zeit, das Zischen hinter ihm zu hören, drehte sich um, sah den Creeper und – bumm! – das war das Ende von Steve. Was dann folgte, ist seltsam. Erst sah er rot, dann schwarz. Er wachte schließlich in genau derselben Wüste auf, in der er beim ersten Mal gelandet war. Und er hörte eine Stimme, die sagte, »Du bist gestorben.« Und dann sagte sie, »Wiederbeleben.« Da erwachte Steve und dachte, »Huch, wo bin ich?« »Ich weiß nicht, was ich von dieser Geschichte halten soll.« Sagt er die Wahrheit? Er kommt nicht nur aus einer anderen Welt, sondern er ist auch noch unsterblich. Wenn das stimmt, kann er ein außergewöhnlicher Krieger werden. Mythisch. Auf jeden Fall. Ich habe gesehen, wie Dorfbewohner sterben. Sie fallen um, verschwinden und hinterlassen dabei eine Rauchwolke. Wir Dorfbewohner können sterben. Steve nicht. Notiz für mich. Bei Gefahr Steve vorgehen lassen. Sonntag. Wow! Ich führe nun schon mehr als eine Woche dieses Tagebuch. Am meisten geht's wohl um die Schule. Vielleicht ist das so, weil ich gerade viel für die Schule lerne. Ach ja, ich habe meine neue Beurteilung bekommen. Leistungen von Minus. Landwirtschaft? Zwölf Prozent. Architektur? Drei Prozent. Handwerk? Sechs Prozent. Level? Sieben. Ich bin mir sicher, dass mein Score nur so schlecht ist, weil die Lehrer den Wert unseres flammenden Heims nicht erkennen wollten. Das ist nicht fair. Und mein Level ist zu niedrig. Ich habe mich wirklich angestrengt und viel getan, aber ich habe nur Level sieben. Selbst Bumbi hat bessere Scores als ich. Bumbi ist echt seltsam, aber er hat eine Begabung für Landwirtschaft und Handwerk. Mein Durchschnitt in Architektur zieht mich wirklich runter. Wenn ich mich in diesem Fach verbessern will, muss ich mich wohl stark verbessern. Das heißt, ich muss irgendwas finden, was den Lehrern gefällt. Ich weiß wirklich nicht, was mit dem flammenden Heim nicht stimmt. Ich muss da wohl nochmal drüber nachdenken. Es muss einen Grund geben, weshalb die Lehrer die Pilzhäuser so toll fanden. Aber welchen? Aber welchen? Ich denke nach. Ich denke nach. Ich denke nach. Ich wäre schon froh, wenn ich Level 20 erreichen würde. Pfff, das ist echt traurig. Natürlich hat Max den ganzen Tag damit geprahlt, dass er mittlerweile Level 15 hat. Wie kann ich ihn bloß einholen? Im Moment weiß ich einfach nicht, wie. Also habe ich beschlossen, meine Sonntage von nun an nur noch dem Handwerk zu widmen. Ich muss meinen Score unbedingt verbessern. Ich habe mit Mastock über unser flammendes Heim gesprochen und wir haben uns gefragt, was den Lehrern daran nicht gefallen hat. Naja, sie haben gesagt, die Pilzhäuser sind niedlich, sagte Mastock. Vielleicht ist das der Grund. Nee, nee, habe ich geantwortet. Lehrer sind hinterhältig. Sie sagen uns nie den wahren Grund. Wir müssen ihn immer selbst herausfinden. Wir haben den ganzen Morgen nachgedacht und dann kam mir eine Idee. Vielleicht liegt es einfach nur an der Effizienz, sagte ich. An der Effizienz? Wie soll ich es erklären? Was ist das Besondere an einem Pilzhaus? Ein Pilz? Korrekt! Hier meine Erklärung, warum die Lehrer ihr Herz an die Pilzhäuser verloren haben. Sie wurden aus einem roten Riesenpilz gebaut. Und alles, was man für einen roten Riesenpilz braucht, sind ein roter Pilz und Knochenmehl. Das heißt, dass die Materialliste für ein Pilzhaus sehr kurz ist. Wenn du dich in der Natur verirrst und es zu regnen beginnt, kannst du dich ganz schnell in einem Pilzhaus unterstellen. Es genügt, einen roten Pilz mit etwas Knochenmehl zu bestreuen und bam, das Gerüst des Hauses steht. Und es hat sogar ein Dach, unter dem du trocken bleibst. Für einen einzigen Ofen dagegen braucht man acht Bruchsteinblöcke. Mit anderen Worten, ein Haus aus Öfen ist extrem aufwendig. All das habe ich meinem Freund erklärt. Das ist der Laut, den ein Dorfbewohner macht, wenn er sehr, sehr angestrengt nachdenkt. Mustoc dachte recht lange nach und stimmte mir schließlich zu. »Natürlich, das ist es«, sagte er und nickte. »Das Witzige aber ist, dass die Mädchen keine Ahnung hatten, warum ihr Haus so toll war. Sie haben es nur gebaut, weil sie es so niedlich fanden.« »Das ist wahr. Sei unbesorgt. Jetzt, wo wir wissen, worauf es ankommt, werden unsere Noten in Architektur alle Rekorde brechen.« »Hoffentlich.« »Da bin ich mir sicher, allerdings«, Mastock unterbrach sich. Ich ahnte, was er sagen wollte, auch wenn er es gar nicht ausgesprochen hatte. Wir brauchten eine Idee, die besser war als das Pilzhaus. Montag Das Wochenende ist zu Ende. Die Schule geht wieder los. In Architektur habe ich auf alles geachtet, was die Lehrer sagten. Ich habe alles beobachtet, alles mitgeschrieben. Das nächste Projekt bauen wir in zwei Tagen. Ich muss mich mit Mastock intensiv darauf vorbereiten. Wir brauchen irgendeine geniale Konstruktion. Etwas, das die Lehrer verblüfft. In drei Tagen bekomme ich dann eine neue Beurteilung. Und der Score in Architektur wird überirdisch sein. Ich werde Max schlagen. Und das blöde Grinsen wird aus seinem Gesicht verschwinden. Ich habe Mastock im Unterricht beobachtet und sah ein Leuchten in seinen Augen. Er denkt genauso wie ich. »Jep. Wir werden ein Meisterwerk bauen.« Dienstag »Hallöli! Ich heiße Minus. Ich bin ein Spacko.« Das hat Max in mein Buch geschrieben. Und ich habe es gar nicht bemerkt. In der Frühstückspause wollte ich gerade etwas aufschreiben, als Frez, ein Freund von Max, kam und mir einen Haufen Fragen stellte. Etwa über das Angeln. So alberne Fragen wie »Hallo Minus, sag mal, magst du Fische oder Kühe lieber?« »Hast du schon einen Tintenfisch gefangen? Kann man gleichzeitig schwimmen und angeln?« Es war dermaßen seltsam, dass ich mich zu ihm umgedreht habe. Doch Frez hörte sofort auf zu sprechen. Er war mit seinen Fragen schon am Ende. Nach drei Fragen fiel ihm schon nichts mehr ein. Also stotterte er. »Hast du dich schon einmal mit einer Pilzkuh beschäftigt?« Ich seufzte tief und öffnete mein Buch. Erst da bemerkte ich, dass Max meine Ablenkung genutzt und darin herumgekritzelt hatte. Kassier Kassier